ich bevorzuge den zweier aufbau ich bevorzuge also die frage war welchen aufbau bevorzugst du eher zweier oder dreier aufbau fürs video ich bevorzuge den zweier aufbau wie gesagt weil ich da schon mehr spieler im prinzip drin habe beziehungsweise ist es ganz gute sache um den ich gehe mal noch mal hier hin mal gucken wo haben wir das noch ja beim point aufbau habe ich halt hier hinten zu weit oben unter umständen noch einen und meine stürmer wenn die wirklich hier sind gut gegen einen pressing oder gegen hier so ein 221 ist es halt schwer zwei aufbau zu spielen aber trotzdem möglich aber dann ist dieses rein laufen halt nicht möglich da macht es unter umständen sind diesen point aufbau zu wählen ansonsten gerade gegen 12 12 was auch defensiv steht wo ich halt diejenigen zusammenziehen möchte wenn der gegner halt sage ich jetzt mal sagt die spielen hier wirklich so ein schönes defensives 212 dann finde ich macht es sinn diesen zweier aufbau zu spielen weil es einfach auch darum geht dass ich hier jemanden habe der in die mitte zieht und um hier den raum noch enger zu machen um die bereiche hier an der seite zu öffnen den habe ich bei dem point aufbau hier oben nicht welchen point aufbau hier mache und am besten noch irgendwie die spieler so stehen habe ich hier nichts gewonnen manche spielen so dass die hier sind unter umständen hier sogar ein anderer seite so riskant spielen es auch manche mit einem point hinten so dass der hier halt rein zieht unter umständen hier raus läuft der pass ist hier möglich aber das ist vielleicht für sehr dominante sehr gute teams eher so eine variante die wirklich starke defender haben wo man dann unter umständen sich auf jeden fall behaupten muss ja 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 ja